herzlich willkommen zu einem neuen video und heute möchte ich an meinem letzten video anknüpfen falls du es noch nicht gesehen hast schau mal in meinem kanal nach eventuell setze ich auch noch einen link rein zusammengefasst aus dem letzten video habe ich auf einen glauben aufmerksam gemacht den viele menschen haben und sich dessen gar nicht bewusst sind ist als selbstverständlich und natürlich ansehen und das ist der glaube dass wenn ich für etwas bin dann muss ich auch gegen etwas sein wenn ich für finanzielle freiheit bin muss ich gegen armut sein oder muss ich gegen das sein was ich jetzt habe wenn ich eine glückliche partnerschaft haben möchte muss ich gegen einsamkeit sein muss ich gegen vielleicht auch das sein was gerade ist wenn ich gesundheit will muss ich gegen krankheit sein oder gegen den zustand in dem ich mich jetzt befinde ich habe das wort hier schon mit reingebracht zustände all das sind bewusstsein zustände und eine fallstricke des gesetzes der annahme die ich immer wieder beobachten durfte und darf auch heute noch ist das dieser glaube bei vielen einfach da ist und nie hinterfragt wurde weil sie es nicht wissen dass es ein glaube ist es ist ein blind spot habe ich das auch beim letzten mal versucht zu erklären wir sehen einfach nicht dass wir es nicht sehen und meine intention dieser videos ist eben auf diesen blind spot zu zeigen weil dann sehen wir was wir nie vielleicht gesehen haben warum ist dieser glaube beim gesetz der annahme so essentiell viele und ich weiß das auch aus meiner eigenen erfahrung und aber ich spreche natürlich nicht von allen muss ich nicht jeder angesprochen fühlen falls das nicht für die jemanden zutreffend ist aber sehr häufig ist eben zu beobachten dass diejenigen die beginnen zum beispiel mit der selbsthilfe oder mit dem gesetz der anziehung oder mit dem gesetz der annahme dann dass sie im grunde genommen seit einstieg in diese thematik nicht das gefühl haben glücklicher zu sein sondern eher das gefühl haben unzufriedener zu werden und das hängt sehr stark damit zusammen mit diesem glauben nämlich wenn ich für etwas bin muss ich erst mal gegen etwas anderes sein ergo brauchen in dieses spiel bezeichnen wir als brauchen und nicht als wollen oder nevels worten als verlangen als wunsch sondern es ist brauchen beim brauchen machen wir genau das wir wollen nicht nur etwas wir lieben nicht nur etwas ich liebe die finanzielle freiheit sondern wenn ich etwas liebe ja dann muss ich auch etwas hassen also das gegenstück davon hassen warum machen wir das wir machen das weil wir unserer natürlichen Motivation unserer man kann sagen Gott gegebenen Motivation weil wir ihr nicht vertrauen wir glauben nicht dass sie ausreichend ist damit wir erhalten was wir lieben und um sicher zu gehen zünden wir in uns noch ein Feuer an indem wir etwas hassen also das gegenstück zum beispiel hassen das ist so ähnlich als würden wir ein Feuer in uns anzünden und das Problem ist dass dieses Feuer in uns schmerzhaft ist und wenn man es lang genug treibt dieses Feuer auch Ausmaße annehmen kann sodass im Grunde genommen irgendwann das ganze Sein mehr oder weniger im Brand steht was dann Depressionen und Panikattacken und so weiter auslösen kann das heißt wir glauben nicht daran dass die Liebe zu etwas alleine ausreichend ist und deswegen zünden wir dieses Feuer an und versuchen dann oder glauben dann wenn wir das Feuer angezündet haben dann werden wir uns schneller bewegen weil wir haben dann nicht nur sage ich mal das Zuckerbrot vor uns sondern wir haben ja auch noch das Feuer von was wir irgendwie wegrennen müssen damit es uns nicht verbrennt nur leider Gottes zünden wir es in uns an und wir sind immer uns am nächsten wir können diesem Feuer nie entkommen und das ist das Paradox der menschlichen Motivation Bruce DiMasico hat hier gerne das Beispiel gebracht dass diesem Art von Motivation die die meisten Menschen nutzen so ähnlich ist als würden sie ihren Kopf abschneiden und ans Ende der Straße werfen nur um einen Grund zu haben warum sie diese Straße auch entlang laufen es reicht nicht dass sie vielleicht einkaufen wollen oder dass sie irgendwas am Ende dieser Straße sehen was sie gerne hätten sondern nein ich trenne mir noch den Kopf ab ich werfe ihn auch noch nach vorne dann habe ich noch einen Grund dass ich definitiv dahin muss damit ich mir meinen Kopf zurückhole und das ist halt unnötig und das bringt halt Leid und das bringt Schmerz mit sich auf den wir hier verzichten können und das können wir wenn wir diesen Glauben endlich durchschauen Nun beim Gesetz der Annahme ist die Problematik einfach dass wir hier halt von Zuständen sprechen von Bewusstseinszuständen ich verkörper jetzt einen Zustand und ein Zustand wie Neville es deklariert hat ist immer die Summe meiner Annahmen bedeutet ändere ich eine Annahme ändert sich auch der Zustand weil sich die Summe verändert bedeutet wenn ich jetzt sage ich ändere die Annahme bezüglich was ich von mir halte bezogen auf finanzielle Freiheit oder generell auf Finanzen dann verändert sich der Bewusstseinszustand das ist also der Bewusstseinszustand den ich gerne verkörpern möchte im Gegensatz zu dem Zustand den ich aktuell verkörper wenn ich jetzt beginne mit dem imaginieren und mich in diesen Zustand hinein zu versetzen dann öffne ich meine Augen und sehe natürlich dass es noch nicht passiert ist jetzt wird halt häufig gesagt und das habe ich damals als ich rein Neville gelehrt habe auch gesagt das was du imaginiert hast ist bereits geschehen und hab Vertrauen und so weiter und dann kannst du das einfach alles sozusagen gleichgültig ansehen und so weiter das ist auch schön und das kann manchmal auch wirken aber es setzt nicht wirklich an der Ursache an sondern es mehr oder weniger versuchen ein Schönreden dessen was eigentlich unterhalb stattfindet dieser Glaube der unterhalb stattfindet eben dass ich etwas lieben erst kann wenn ich etwas anderes hasse das Problem zeigt sich dann nämlich jetzt habe ich den erwünschten Zustand und versetze mich viel immer wieder mal dort hinein öffne meine Augen gehe meinem Tag nach aber werde noch konfrontiert mit den Abdrücken meines alten Zustandes dem Innenleben und dem Außenleben meines alten Zustandes denn selbst die Gedanken und auch die Gefühle können noch vorhanden sein aus dem alten Zustand die sich dann transformieren wenn ich jetzt nun diesen Glauben habe dass ich etwas nur lieben kann wenn ich etwas anderes hasse also eine Art selbstzerstörerische Motivation Glaube zu benötigen um mein Ziel zu erreichen verwundert es nicht dass einige die das Gesetz der Anziehung Gesetz der Annahme oder generell in der Selbsthilfe sind das Gefühl haben dass sie unglücklicher werden denn genau das ist es ja was dann passiert wenn wir etwas hassen dann ist es dass wir uns selber unzufrieden machen uns selber in die Unzufriedenheit bringen und wir glauben es wäre ganz natürlich aber in Wirklichkeit tun wir es aus diesem Glauben heraus das ist eine Aktion die wir machen unbewusst und bringen uns in diesen Unfrieden hinein in diese tiefe Unzufriedenheit hinein weil wir glauben wir benötigen sie um zu bekommen was wir lieben und dieses Spiel ist halt woran viele zu knabbern haben wenn sie das Gesetz der Annahme beginnen und das ist auch der Grund warum es auch einige gibt die irgendwann vom Gesetz der Annahme oder auch von anderen Lehren die so in die ähnliche Richtung gehen warum sie dann irgendwann so ein bisschen die Schnauze voll haben und warum sie dann alles wieder sein lassen eventuell dann was anderes machen wie auch immer oder sich eine Pause gönnen und dann wenn sie sich erholt haben kommen sie wieder zurück und versuchen es erneut aber meistens dann halt genauso weil der Glaube unberührt ist und das ist halt die Schwierigkeit nun wie kann man diese Schwierigkeit lösen man kann diese Schwierigkeit lösen indem man einfach erstmal erkennt dass das ein Glaube ist wie ich darauf in den Videos immer verweise eine Möglichkeit um erstmal in Kontakt mit diesen Glauben zu kommen ist die Option Method denn daraus resultierend ergeben sich diese Einsichten man kann natürlich aber auch eben einfach darauf bauen dass es jemanden oder jemand jemanden sagt wie ich es jetzt dir tue aber du kannst selber für dich überprüfen ob du vielleicht ab und an eben genau das tust du willst etwas du bist für etwas eine Veränderung für die du bist aber zeitgleich merkst du halt auch dass du gegen das bist was vielleicht jetzt gerade ist also im Hier und Jetzt bist du gegen etwas im Glauben dass du da als Legitimierung dass du dann für etwas sein kannst und es ist eben wie ich gesagt habe es ist dass wir eben glauben wir müssen ein Feuer noch zusätzlich anzünden in uns selbst damit wir auch wirklich motiviert sind und wirklich einen Grund haben dass wir uns darauf hinzubewegen was wir wollen das ist das was die Option Method mit der dritten Frage was befürchte ich würde passieren wenn ich darüber nicht mehr unglücklich wäre oder wenn ich sogar darüber glücklich wäre was befürchte ich würde das bedeuten was würde das über mich aussagen was glaube ich würde dann zukünftig durchaus passieren können sehr häufig eben sind die Antworten naja dann wäre es mir egal warum sollte ich dann noch was verändern warum sollte ich dann noch motiviert sein warum sollte ich mich dann noch darauf zubewegen wollen es wäre mir dann nicht mehr wichtig es wäre mir egal es wäre mir ja wäre einfach uninteressant also es ist die Angst dass ich dann halt nicht mehr motiviert wäre und schlussendlich der Mensch oder dem Menschen ist ziemlich bewusst dass wenn er etwas nicht will ist er nicht motiviert will ich nichts essen dann bin ich auch nicht motiviert die Schritte zu tun um mir etwas zu essen zu besorgen wenn ich gesättigt bin was soll ich dann tun um etwas zu essen wenn ich keine finanzielle Freiheit will dann bin ich auch nicht motiviert irgendetwas zu tun damit ich finanzielle Freiheit erlange das heißt der Mensch ist sich schon bewusst im Prinzip darüber dass Wollen die einzige Motivation ist weil ohne sein Wollen ist er nicht motiviert nur er belässt es dabei nicht sondern er macht aus diesem Wollen eben dieses Brauchenspiel in der Bibel steht geschrieben dass Gott dem Menschen seinen Atem einhauchte und es ist sehr interessant wenn man dieses Wort Atem mal zurückverfolgt zum Beispiel mit der Strong Concordance was es eigentlich bedeutet also was die wahre Bedeutung im Hebräischen von diesem Wort ist die hebräische Sprache die althebräische Sprache war keine Sprache wie wir sie heute gesprochen haben also kein nicht wie Deutsch oder Englisch sondern eine symbolische Sprache und Atem kommt auch von dem Wort Wind und bedeutet so viel wie die Fähigkeit sich auszudrücken die Fähigkeit Expression also sich auszudehnen auszudrücken und das ist Motivation Motivation ist diese Fähigkeit ist dieser Impuls ist diese Bewegung von innen heraus bewegt zu werden das bedeutet eben das Wort Motivation von innen heraus bewegt zu werden und von dem lateinischen Wort motivare von innen heraus bewegt zu werden wir haben also diesen Atem bekommen was unser Sein einfach ist unser Dasein ist unser Bewusstsein ist das ist dieser Atem das ist unsere Lebenskraft und immer wenn wir im Brauchen sind was dabei eigentlich passiert ist dass wir dieser Lebenskraft diesem Wind dieser Fähigkeit des Ausdrückens die wir auf natürliche Weise haben die wir auf natürliche Weise uns gegeben wurde dass wir ihr nicht vertrauen wir vertrauen nicht unserer natürlichen Motivation sondern wir glauben wir benötigen noch etwas zusätzlich nämlich dass wir nicht nur zu etwas hingezogen sind sondern dass wir auch noch gedanklich gegen etwas sein müssen um uns weiter zu motivieren nur aus der Erfahrung die natürliche Motivation gibt ohne zu nehmen die gibt ohne zu nehmen die selbstzerstörerische Motivation des Brauchens wie ich sie betitel sie gibt auch und manchmal gefühlt gibt sie uns mehr aber sie nimmt immer doppelt so viel wie sie gibt vor allem nimmt sie uns eins eigentlich das was wir suchen hinter dem was wir glauben zu brauchen Frieden und Freude genau das nimmt sie uns gleich am Anfang weil wir dieses Spiel spielen aber aufgrund dessen nimmt sie uns auch noch andere Dinge wie viele Menschen im Brauchen zum Beispiel bezogen auf Geld verlieren ihre Gesundheit auf diesem Weg oder verlieren ihre Beziehung auf diesem Weg das heißt wenn ich den Unterschied zwischen natürlicher Motivation und selbstzerstörerischer Motivation eben definieren würde würde ich sagen die natürliche Motivation gibt ohne zu nehmen und sie fungiert immer im Jetzt und es gibt gar keinen Grund dass wir uns mit ihr auseinandersetzen bräuchten sie funktioniert von ganz alleine sie hat mich jetzt hierher gebracht dieses Video zu machen und danach bringt sie mich woanders hin um etwas anderes zu tun immer auf etwas größeres hinaus gerichtet und das passiert einfach selbstverstörerische Motivation ist dafür nicht notwendig ich muss nicht erst irgendetwas hassen damit ich tue was ich tue ich muss nicht den Hunger hassen um es zu mögen wenn ich gesättigt bin das ist nicht notwendig das heißt ich brauche nicht dieses Feuer was ich anzünde um sicher zu sein dass ich mich wirklich bewege ich muss mich nicht aus diesem Zustand der natürlichen Motivation hinaus bewegen sondern ich kann in dieser natürlichen Motivation bleiben und woran erkennt man diese natürliche Motivation man erkennt sie einfach darin dass man im Frieden ist im Frieden ist mit dem was gerade ist ohne dass man das ausschließt dass ich eben etwas anderes möchte das ist es Rusty Masico hat hier auch häufig gesagt oder so ausgedrückt einfach okay sein mit der Situation wie sie im Hier und Jetzt ist ich bin einfach im Frieden ich bin okay damit und von dort aus lasse ich die Dinge einfach entstehen es spielt nicht mal eine Rolle ob ich weiß was ich will weil bevor ich es weiß wusste es mein Unbewusstes sowieso Neville hat immer gesagt bevor ich es weiß wusste es Gott das heißt es spielt nicht mal eine Rolle ob ich weiß was ich will wenn ich es weiß dann weiß ich es dann ist es die richtige Zeit zu wissen wenn nicht ist es auch in Ordnung es gibt kein Brauchen auch hier nicht ich muss nicht wissen es entstehen lassen wenn ich es weiß weiß ich es aber es gibt auch keinen Grund dass ich mich anhafte und mich permanent gedanklich damit beschäftige was ich will das ist diese natürliche Motivation das ist dieses fließen lassen sich einfach ein bisschen treiben lassen es ist ein Irrtum dass wenn wir uns treiben lassen dass wir ziellos umher treiben das ist der größte Mythos den es gibt weil es schließt aus oder es schließt unser wollen aus und im Prinzip bedeutet es dass wir nur bewusst wollen würden aber das ist halt nicht der Fall sich treiben zu lassen bedeutet in keinster Weise ziellos zu sein wir treiben immer noch die Ziele an die wir auch anziehen wenn wir im brauchen sind nur der Unterschied ist im brauchen sind wir nicht im treiben sondern im rudern in der natürlichen Motivation sind wir im treiben lassen aber die Endpunkte sind immer noch die gleichen nur dass uns nichts genommen wird weil eben rudern kostet Kraft treiben lassen kostet keine ich hoffe hier nochmal den Unterschied gemacht zu haben zwischen brauchen und wollen und vor allem auch warum ich der Meinung bin dass es so wichtig ist dies bestenfalls vor der Anwendung des Gesetzes der Annahme integriert zu haben damit eben Menschen die zum Gesetz der Annahme kommen eben und häufig halt schon eine gewisse Erfahrung gemacht haben nicht wieder diesen Glauben bedienen und sich wundern warum sie nach einigen Monaten oder ja oder auch schon Wochen merken dass sie irgendwie immer mehr aus ihrem inneren Gleichgewicht gerissen werden was sie schlussendlich ja meistens schon sind und eigentlich suchen und das ist halt meiner Ansicht nach häufig ein häufig zu beobachtendes Problem wenn dir das Video gefallen hat freue ich mich auf ein Däumchen und Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Video Video